Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute möchte ich über ein Thema mal reden, was wir noch nicht wirklich krass besprochen haben auf meinem Kanal. Und zwar der neue Künsteboost. Unter Anführungszeichen neue. Er ist seit 17.05. verfügbar. Ich denke aber, dass der ein oder andere von euch sich damit a. noch überhaupt nicht beschäftigt hat. b. keine Lust drauf hat, sich alles durchzulesen. Oder c. vielleicht gerade das Spiel neu installiert hat. Moin, willkommen. Gerne hier ein Abo dalassen. Das heißt, das heutige Video ist so eine Mischung zwischen Tutorial, Guide, Tipps und Tricks. Und dazu aber auch so am Ende meine Meinung. Wie finde ich das Ganze? Ist das cool? Ist das ein Scheiß? Warum muss ich den Blödsinn jetzt machen? Ist das anfängerfreundlich? Ich glaube, dazu kann ich schon mal sagen, ich denke nicht, dass das anfängerfreundlich ist. Sondern das ist eher für Fortgeschrittene. Weil du brauchst schon sehr viele Münzen. Ja, die kannst du dir auch relativ einfach farmen. Aber es ist leichter, wenn du das Spiel halt schon lange spielst. Also erstmal, wenn du neu beginnst, bringt deine Charaktere erstmal auf Level 5000. Blablabla. Soul boostet sie. Senkai erweckt sie. Und wenn du damit fertig bist, dann solltest du erst über den Künsteboost nachdenken. Aber du solltest ihn nutzen. Denn er ist sehr, 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 sehr stark. Je höher dein Künsteboost ist, umso höher ist zum Beispiel deine Kampfkraft. Aber nicht nur die Kampfkraft, sondern es erhöht auch die Chance auf einen heftigen Angriff. Also die Aktivierung eines heftigen Angriffs. Kannst du dir ein bisschen vorstellen wie ein kritischer Treffer oder so. Du machst halt mehr Schaden. Und je höher die Chance ist für deinen heftigen Angriff, umso höher ist die Chance, dass aus dem heftigen Angriff ein super heftiger Angriff wird. Ich weiß, ist alles ein bisschen verwirrend und alles, wie gesagt, komplett neu für uns alle. Aber ich denke, das ist eine sehr gute Sache. Aber dazu muss man bedenken, im Online-Kampf und im Turnier der Kraft kann der heftige Angriff nicht ausgeführt werden. Also online bringt dir das nichts. Das ist was für Offline-PVE-Event. Aber der dadurch freigeschaltende Kampfkraft-Boost, also deine Status-Erhöhungen, mehr Schlagangriff, Fernangriff und so weiter, das zählt auch im Online-Kampf und im Turnier der Kraft. Also wenn du jetzt sagst, ey, ich bin reiner PvP-Spieler, ist das nicht unnötig, sondern du brauchst es trotzdem. Auch wenn es offline noch ein bisschen geiler ist, wie zum Beispiel im Teamkampf mit deinen Freunden oder so. Und ja, du kannst deinen Schlagangriffs-Boost erhöhen, der die roten Fähigkeiten verstärkt, die roten Angriffe, den Fernangriffs-Boost für die gelben und den Spezialangriffs-Boost für deine blauen Fähigkeiten und aber auch deine super krassen Finisher-Attacken. Also auch die Legend-Limited-Ultimate-Attacke wird auch verstärkt. Davon nicht vergessen. Und das Ganze kannst du dir angucken, das gucken wir uns gleich an. Du brauchst immer Künstekerne und du brauchst immer Künstesaat. Also zwei neue Items, die wir jetzt im Spiel haben. Die Künstekerne bekommst du durch Partnermünzen tauschen. Also wenn du jeden Tag brav deine Teamkämpfe machst, kannst du sie in der Tauschbörse für Partnermünzen bekommen. Aber auch für Wochenendmedaillen, also immer brav am Wochenende einloggen, da bekommst du auch immer diese Medaillen. Dafür kannst du sie auch eintauschen. Oder was ja gestern, ich glaube das Video kommt am Donnerstag, was gestern im Update kam, das Senkai Rush Event ist ja neu gestartet. Dort verdienst du Medaillen und auch diese Medaillen kannst du eintauschen gegen die Künstekerne. Und natürlich auch bei Saattauschmedaillen. Diese Saattauschmedaillen bekommst du durch tägliche Missionen, durch Login-Boni, durch Tauschbörse für seltene Medaillen. Deshalb auch ein bisschen für mich der Aspekt, je länger du das Spiel spielst, umso besser, bevor du das machst, weil dann hast du mehr seltene Medaillen. Und natürlich auch in der Partnertauschbörse und die Tauschbörse für Legends-Medaillen. Die würde ich aber nicht benutzen. Aber ja, okay. Und dann hast du diese Saatmedaillen. Diese Saatmedaillen kannst du eintauschen gegen Künstesaat. Also du bekommst diese Künstesaat nur durch die Saatmedaillen. Es ist alles ein bisschen verwirrend, ich weiß. Aber im Großen und Ganzen sollte das klar sein. Ganz jetzt am Anfang zur Einführung, zur Feier des Künsteboostes, war alles ein bisschen billiger in der Partner-Münzentauschbörse. Aber sonst ist das relativ ein teures Spielchen. Also, wie machst du das Ganze jetzt? Du gehst erstmal auf Charaktere. Was das Spiel dir vorschlägt, ist jetzt links unten auf Charakterverstärkung drücken. Dann auf rechts oben Künsteboost. Und dann suchst du dir deinen Charakter aus. Und du draufdrückst, siehst du auch direkt, was bringt denn der Boost so und so weiter und so weiter. Du siehst auch oben, wie viel ist jetzt mein Sohn Gohan schon geboostet. Überall eins von 99. Bei meinem Beast-Gohan habe ich schon ein bisschen geboostet aus Spaß. Und damit schon seine Kampfkraft erhöht. Da seht ihr auch schon, da habe ich jetzt 499, 699 und 799 reingehaut. So, jetzt nehmen wir aber mal meinen Gohan. Für mich ist das noch immer einer der geilsten Kämpfer. Ich spiele ihn sehr gern. Warum soll ich ihn denn nicht boosten? Also, dieser Gohan aus dem Cell-Arc und dieser Beast-Gohan sind ja meine Lieblinge. Deshalb wäre natürlich, egal ob das jetzt für mich, oder nee, egal ob das jetzt die stärksten Kämpfer im Spiel sind oder nicht. Für mich sind sie wichtig. Deshalb booste ich jetzt zum Beispiel diesen Gohan. Jetzt sieht das ganze Fenster hier so aus. Und jetzt gibt es drei verschiedene Kerne schon mal. Warum? Weiß ich auch nicht. Sage ich euch ehrlich, ich verstehe es nicht, warum sie drei verschiedene gemacht haben. Aber egal. Der erste Kern ist dafür da, von Stufe 1 bis Stufe 30 hochzubringen, die künste Booster. Dann von 30 bis 70 und von 70 bis 99. Du brauchst immer andere Kerne. Diese Kerne, wie gesagt, kannst du auch hier unten auf Erhalt drücken. Diese Kerne bekommst du eben durch die Tauschbörsen. Haben wir gerade besprochen. Und die anderen, ja genau, Saattauschmedaille, haben wir gerade alles besprochen. Ist egal, hier kannst du es dir nochmal angucken. Hey, woher bekomme ich alles? Woher bekomme ich Zähne? Woher bekomme ich Seelen? Und so weiter und so weiter. Und ihr seht jetzt hier unten, meiner ist ja ein Fernangreifer Gohan. Also ist für mich Fernangriff erstmal wichtiger. Kannst du nochmal nachgucken? Nee, kann man nicht. Aber ja, genau, das kannst du auch angucken. Was bringen die Stufen? Beim Fernangriff, ihr seht es hier zum Beispiel jedes Mal so um die 330 mehr. Und die höher du bist, natürlich umso mehr. Also Hochstufen auf 10 ist schon mal arschwichtig. Dann geht das direkt weiter. Ihr seht es, es wird nämlich weniger. Also bis Stufe 10, extrem sinnvoll, extremer Buff. Und dann wird es ein bisschen weniger. Gucken wir mal rein, bei 70 auch wieder weniger. Ihr seht es, zwischendurch mal wieder ein bisschen mehr bei jeder 5er Stufe. Aber overall kann man sagen, hoppla, overall kann man sagen, dass es immer weniger wird. Wieder bis zu einer gewissen Stufe. Dann wird es wieder mehr. Es ist ein bisschen durchwachsen. Also am Anfang bringt es viel, dann weniger. Dann bringt es wieder mehr, ihn hoch zu boosten. Aber ja, mir fehlt jetzt, wie ihr seht, die Künste Saat. Und die hole ich mir jetzt mal durch die Tauschbörse hier. Du kommst direkt ins Menü rein. Wir holen uns da jetzt mal ein bisschen ordentlich. Zack, 125. Zack. Jetzt haben wir unten stehend. Oh Gott, ich habe ein bisschen viel bekommen. Jetzt haben wir unten links stehend. Wir haben jetzt Arschviele davon. Arschviele davon. 30 Kerne. Ich nutze jetzt auch mal direkt die 30 Kerne. Oh, da brauche ich noch mehr. Muss ich einen weniger nutzen, oder was? Jetzt. So, 28 nutze ich. Okay. Fall. Ah, okay. Die denken mit. Falls ich nämlich alle jetzt richtig habe, dann brauche ich andere Künste Saate wieder. So. Jetzt ist das Problem aber. Du hast nicht garantiert eine Verstärkungsrate. Ihr seht, Erfolgschance 30%. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt bei meinen 28 benutzten Kernen nur einen Scheiß bekomme. Wir gucken mal rein. Wir drücken mal drauf. Okay. Wir machen das jetzt. Zack. Wie weit kommen wir? Auf 9. Ihr seht, eigentlich hätte ich jetzt, wenn es eine 100% Chance wäre, ihn auf 29 hochgebracht. Wurde aber nur auf Stufe 9 hochgebracht. Ist ein bisschen schade, aber ja. Immerhin wurden dadurch nicht alle Saaten verbraucht, sondern wirklich nur die 8. Aber alle Kerne sind weg. Was hat es mir an Kampfkraft gebracht? Ihr seht, fast 3500 Kampfkraft. Das summiert sich ordentlich hoch, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt mehr von diesen Kernen haben wollen, holen wir jetzt mal ein paar mehr, damit wir das nächste auch machen können. Gehen wir in die Tauschperse für Partner. Oh, habe ich da gar nicht mehr viel? Und doch. Da holen wir jetzt noch mal ordentlich hier raus. Haben wir wieder 62 Kerne. Jetzt gehen wir mal rein in die Schlagangriff. Warum Schlagangriff? Weil auch dort, ich es natürlich gerne hätte auf Stufe 10. Was das für mich, was, wie ihr gesagt, wie ihr gesehen habt, erstmal das Wichtigste wäre, auf 10 zu kommen. Jetzt sind wir auf 5, gibt nur 1700 dazu. Gehen wir nochmal auf 5 rein hier. Vielleicht kommen wir mal auf 10 hier. Aber insgesamt, wie ihr seht, ist nicht so einfach. Oh, wieder nur 2 dazu. Also es zieht sich und zieht sich und zieht sich, bis man da mal ordentlich eine Stufe dazu bekommt. Aber es ist immer mehr Kampfkraft, mehr Kampfkraft, mehr Kampfkraft. Zack, wieder 1600 Kampfkraft dazu. Jetzt haben wir schon easy 8000 mehr Kampfkraft, als wir begonnen haben. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, 8000. Das ist schon mal ein krasser Ding. Und wir fangen erst an. Jetzt sind wir schon bei insgesamt fast 12.000 mehr Kampfkraft. Da geht schon was rein. Aber ihr seht auch, wie schnell die Kerne verbraucht sind, weil die Chance halt so klein ist. Und ich bin, ja, komplett verkackt, wie ihr seht. Und ich bin mir ziemlich sicher, je höher die Stufe ist. Ich würde gerne mal eine Stufe 10 erreichen. 9. Ich würde jetzt echt gerne mal 10 erreichen. Damit wir sehen, ob es da noch weiter sinkt. Ab Stufe 10. So, jetzt sind wir in Stufe 10. Jetzt haben wir, ihr seht, heftige Angriffleistung ist und hochgegangen. Unser erster Punkt ist da. Jetzt haben wir eine erhöhte Chance auf einen heftigen Angriff. Plus haben wir jetzt schon 13.000 mehr Kampfkraft dabei. Also das lohnt sich schon mal sehr. Wie weit muss ich denn hochgehen jetzt für den zweiten? Okay, 30% ist das noch immer. Okay, wir gehen ein bisschen weiter rein. Noch immer 30%. Bleibt es bei den 30%? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es bei den 30% bleiben wird. Kann ich mir vorstellen. Es muss doch noch sinken irgendwann mal. Zack, Fernangriff wieder erhöht. Fernangriff bringt mir halt am meisten. Auch da Leistung wieder erhöht. Perfekt. Jetzt brauchen wir wieder Kerne. Und nein, kann man die Kerne hier jetzt nicht holen? Doch, Erhalt. Perfekt. Holen wir jetzt wieder neue Kerne. Ja, kostet immer viel Partnermünze und so weiter. Aber wie gesagt, es lohnt sich halt auch. Und du bringst dir auch jetzt nicht gleichzeitig, keine Ahnung, 100 Charaktere gefühlt auf die höchste Stufe hier. Sondern du machst es ja nach und nach, ganz entspannt. Ihr seht es, wie gesagt, geht leider ein bisschen runter mit der Kampfkrafterhöhung. Ab Stufe 10, wie schon gesagt. Oh, jetzt mal perfekt. 1 auf 20. Brauche ich jetzt schon weitere Seelen? Nee, erst bei 30. Nee, doch nicht. Ah, bei... Ah, okay. Guck mal. Ich will jetzt mal wissen, ob die Chance sinkt. Das müssen wir jetzt noch rausfinden im Video. 25. 25. Komm schon. Müssen wir es im Video rausfinden. Ich bin zu neugierig. 26. Ja, das zieht sich ein bisschen. Das zieht sich ein bisschen. Dann machen wir jetzt durch. Aber ihr seht, 30% ist halt nix. Aber ich will echt gerne wissen, ob es sinkt. 28. Wir haben schon 20.000 mehr Kampfkraft als zuvor. Jetzt brauchen wir aber unbedingt mal diese anderen Saaten hier auch noch. Die Stufe 2 Saaten zeigt mir die auch an hier. Ja, genau. Stufe 2 Saat. Da hätte ich jetzt gerne noch was. So, jetzt haben wir die auch. 1,2,3,4 dazu. Äh. Ein bisschen gehangen im Spiel. Komm schon. Ich würde echt gerne mal sehen, ob die Chance sinkt. Das will ich auch mit euch gemeinsam noch rausfinden. Verkackt. Toll. Natürlich, wenn du jetzt sagst, hey, ich will den Charakter komplett hochpushen. Dann kannst du auch gleich 100 Teile gleichzeitig reinhauen, ne? Alter. Okay. Die 30%, die tun schon weh, ne? Die 30% tun schon weh. Gehen wir jetzt auf 29. Ach, komm schon. Ich will jetzt jetzt wissen. Ich will jetzt wissen, ob die Chance sinkt. Gib mir jetzt noch eine Stufe dazu. Ja, perfekt. Auf 30. Und die Chance bleibt bei 30%. Okay. Sie bleibt bei 30%. Aber jetzt brauchen wir halt die anderen Kerne. Aber okay. Sie bleibt also bei 30%. Ich kann mir vorstellen, dass die trotzdem später noch deutlich, deutlich sinken wird. Kann man hier gleich mal alles reinbuttern, was wir haben. Ich denke, dass die deutlich sinken wird, die Chance später. Verstärkung durchgeführt. 23. Wir haben schon 25.000 mehr Kampfkraft. Es ist geil. Also ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Was mich noch interessiert, wenn ich jetzt meinen Charakter angucke. Bei Details. Sieht man das hier auch? Nicht wirklich. Bei Künste vielleicht? Auch nicht. Also hier wird das... Ah, hier unten. Ah, hier unten wird es angezeigt. Okay. Stufe 7. Schlagangriff plus 2.000. Hier. Fernangriff plus 6.000. Okay. Spezialboost. Ah, hier hat sich die Schlagverteidigung angezeigt. Okay, geil. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Also da wird alles angezeigt. Okay. Aber hier steht auch nichts dabei. Also so ein bisschen wird es angezeigt. Könnte aber mehr sein. Aber trotzdem arschgeil mal zu sehen. Jetzt ist mein Gohan auch bei Fernangriff über 300.000 angekommen. Und ich denke, das ist schon geil. Das ist schon geil. Also ja, meiner Meinung nach lohnt sich dieser Künsteboost. Ihr solltet es bei all euren Charakteren machen, die ihr immer und gerne spielt. Weil wie gesagt, du kannst es nicht bei allen machen. Das braucht zu viele Ressourcen, Zeit und Items und so weiter und so weiter. Das dauert zu lang. Also nimm wirklich nur die Charaktere, die du haben willst. Bring mal alles auf 30. Oder bei Gohan zum Beispiel. Lass halt den Schlagangriff weg. Das Beispiel. Aber ich booste halt gern alles. Ich würde jetzt alles mal auf 30 bringen bei Gohan und beim anderen Gohan. Und dann gucke ich mir mein Team an, was ich gerade aktuell am liebsten spiele. Meistens ist es ja mein Gohan-Team, was ich am liebsten spiele. Das hier spiele ich gerade. So ein bisschen Legend, so ein bisschen Halbside-Chin mit Paaren auf der Ersatzbank. Ich spiele es ganz gerne. Ist das beste Team? Nein. Macht es Spaß? Ja. Deshalb spiele ich es gerne. Und ich denke, da werde ich jetzt mal ordentlich noch die Charaktere hochpushen. Schreib mal in die Kommentare, was ist dein Charakter, den du als allererstes mit Künsteboosten hochgefüttert hast. Bin ich mal sehr gespannt. Und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen, das kleine Video. Tipps und Tricks, Tutorial-Guide, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und lass gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hau da rein. Bruder Faust geht raus. Vor allem an meine Kanalmitglieder. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.